Die VA IFAS, der Name steht für Vöstalpin Industriefacharbeiter-Service, ist ein konzessioniertes Unternehmen für Arbeitskräftüberlassung, besser bekannt als Personal Leasing. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der MCE im Rahmen der Gruppe Personalservice. Die IFAS wurde im Sommer 1990 gegründet. Seit 1. Februar 1993 filmieren wir in der heutigen Form als Vöstalpine IFAS. Wir beschäftigen uns, wie der Name Facharbeiter-Service ja schon aussagt, hauptsächlich mit der Bereitstellung von qualifizierten gewerblichen Facharbeitern. Hier sind die dominanten Branchen Montage, Service, Instandhaltung, Metallerzeugung, Verarbeitung, Heizung, Lüftung, Klima, Elektrotechnik, Elektronik und Messregeltechnik. Neben dieser klassischen Personalbereitstellung bieten wir unseren Kunden auch speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Problemlösungen an. Hier können unter anderem die Personalsuche, die Auswahl, die Integration und die Mitarbeiterentwicklung genannt werden. Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten bezieht sich auf die AI am Standort Linz. Hier insbesondere auf die Unternehmen MCE, FAM, VAI, VA-Stahl, Steinel und ChemSurf. Selbstverständlich sind wir auch aushalb des Konzerns tätig. Hier länderbezogen insbesondere in Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich und Tirol. Unsere Kunden arbeiten seit nur mehr drei Jahren mit uns zusammen. Dies stellt sicherlich einen Beweis für deren hohe Zufriedenheit dar.